Und ein Moinzen zu einem VfB aktuell. Es gibt neue Infos zum Stand bei Atakan Karasor. Die Bild, die Mallorca-Zeitung, die STN, der Kicker und Co. berichten, wie immer, alle Quellen in der Videobeschreibung. Also hier ist mir auch ganz wichtig, macht euch da auch selber ein Bild. Also schaut euch die Infos wirklich an, die uns hier geben werden. Macht euch da selber drüber schlau. Karasor sitzt ja seit rund sechs Wochen in Untersuchungshaft auf Ibiza. Der Ermittlungsrichter hatte da zuerst ja in die Untersuchungshaft gewiesen und da eben ohne die Möglichkeit auf Kaution frei zu kommen. Nun ist er wohl wieder auf freiem Fuß. Dies gegen eine Kaution von 50.000 Euro. Die Kaution wird auch verschieden bezeichnet. Einmal finde ich es ganz passend. Wahrscheinlich wurde sie bezeichnet als Sicherheitsleistung. Dies entschied die erste Kammer des Landesgerichts der Balearen und eben mit der Auflage, sich für das Gericht verfügbar zu halten, bekam dann Atta den Beschluss. Es wird auch berichtet, dass Karasor das Land verlassen darf. Tatsächlich wurde ihm verboten, sich dem Opfer zu nähern oder mit ihm zu kommunizieren. Die gleiche Regelung soll hier auch für den Freund von Karasor gelten. Die Tat nochmal soll eine Nacht gewesen sein vom 8. auf den 9. Juni in einer Ferienvilla. Karasor und sein Freund hatten zwei Frauen von einer Disco mitgenommen. Dort kam es dann zum Geschlechtsverkehr. Laut Karasor war dieser einvernehmlich. Aber das mutmaßliche 18-jährige Opfer sagte eben, sie wurde von ihm vergewaltigt. Die zweite Frau bestätigte dies bei einer Gegenüberstellung nicht. Sie könne sich nicht an Gewalttätigkeiten erinnern. Nun wird auch wegen sexueller Nötigung ermittelt. Das ist auch ein Unterschied. Nicht mehr Vergewaltigung, sondern sexuelle Nötigung. Das würde die Sache natürlich auch nicht schöner machen, ist aber halt auch ein Schritt. Gleichzeitig heißt das aber auch, dass die Ermittlungen noch laufen. Noch, so wie ich es verstehe, so wie es berichtet wird, steht ganz offiziell keine Schuld, aber natürlich auch keine Unschuld von Karasor fest. Also weiter hier eine Ferndiagnose von uns Fans irgendwie groß aufzustellen oder sowas sehr schwierig und auch weiterhin unangebracht. Wie gesagt, vielleicht merkt ihr es schon, aber mir fällt es auch generell so schwierig, zu diesem Thema zu berichten. Weil, keine Ahnung, das ist nur was anderes, als von Transfersen sowas zu berichten. Versteht ihr, glaube ich, was ich meine. Deswegen da auch so Ferndiagnose und eigene Meinungen irgendwie, da halte ich mich noch mehr zurück als bei anderen Themen. Es wirkt aber mit der Bewegung, die nun in den Fall reingekommen ist, wirkt das eher für Atakan Karasor. Ein Sprecher vom VfB hat heute ganz kurz und knapp gesagt, das entspricht auch unserer Kenntnis. Bislang gab es keinen persönlichen Kontakt zum Spieler. Sobald das erfolgt ist, werden wir das weitere Vorgehen besprechen. Jetzt natürlich hier auch gerade für viele die Frage, ob nun Karasor wieder mittrainieren kann, wann er wieder beim VfB spielen kann. Noch weiter gegriffen, dazu gibt es keine Infos. Darüber wird sich der VfB Gedanken machen und Gedanken machen müssen. Hier kann ich logischerweise auch kein Urteil fällen. Wie gesagt, ich finde es beim gesamten Fall schwierig. Deswegen berichte ich hier euch auch einfach ganz sachlich, was es einfach Neues gibt, was heute in Bewegung reingekommen ist. Zumindest kann er sich ja wohl auf freiem Fuß dann auch wieder irgendwie fit halten. Das ist schon mal ein erster guter Schritt. So wie es die genereen Bewegungen sich ja heute irgendwie als guter Schritt anfühlen, finde ich. Alles andere ist abzuwarten, ob er es wirklich ins Training kann, ohne eben, dass die Ermittlung offiziell abgeschlossen ist. Oder jetzt mal das kann da rauslassen, ob es der VfB machen möchte und sowas. Ob sich doch Karasor wieder richtig in der Öffentlichkeit auf dem Trainingsplatz und sowas zeigen möchte. Oder er doch sich erstmal irgendwo privat fit hält und sowas. Das sind alles die großen Fragen. Mal gucken, ob da vom VfB oder gar von Karasor oder wie auch immer eben die nächsten Tage ja noch ein bisschen mehr Klarheit reinkommt. Wie gesagt, der Rest ist abzuwarten. Das sind die aktuellen Infos, die aktuelle Bewegung, die heute reingekommen ist. Da vor allem auch wieder klar, die Bild und so weiter. Der STN-Kicker haben alle schon bewiesen, dass sie gut berichten können. Klar, Thema Bild vor allem auch. Haben viele, ja sind viele nicht wirklich für, für die Bild. Aber gerade in Sachen Fußball, Bundesliga, die Vereine, auch Transversen, so sind sie schon meistens gut informiert scheinbar. Aber worauf ich damit hinaus will, vor allem auf Offizielles vom Verein achten. Und irgendwo auch auf Offizielles vom Verein einfach warten. Weil das ist das, was gilt, was der Verein kommuniziert, auch gerade hier. Deswegen mal gucken, ob sich da die Tage was tut. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.